Gehen wir jetzt mal rein So die Jungs haben keine Chance Oh nein ey was ist das denn für ein Scheiß hier Wie ein Kartoffelbrei Oh was ist das denn für ein Fehl warum schwebt die denn da oben Geil Nein Scheiße Was hab ich da gemacht ey Alter was hab ich denn da gemacht Ich hab ne Kontaktmine rangehauen und dann Ah ne ey was bin ich denn für ein Nu Scheiße das war jetzt gerade Ein falscher Auftritt hier Asshole Captains können hinter dich teleportiert werden Achte auf den Klang des Teleporters Oh oh Also ich war da Ich war jetzt total überrascht dass hier überall Schweine sind Die Jungs haben keine Chance So der ist eingefroren Der ist auch eingefroren Lass ich das ein bisschen aufladen Willkommen zu Mama Eingefroren Ach ne ey was Ach seh ich gar nicht Oh das wird weh So wer will noch mehr Ach stirbt Das kann ganz gefährlich werden Das kann ins Auge gehen sogar Oh ja klar Jetzt helfen sie auch noch Sprengstoff hier Zu mir hin Das gefällt mir irgendwie nicht Ach hier weißt du was Nimm das hier So Wer ist der Nächste Er mutiert So Jetzt Ist Frierzeit Haha Der war geil Ach nö Kommt schon Ist das feige von oben immer zu werfen Ganz ehrlich Nimm das hier Boom Hat noch jemand Fragen Ah wo was Ach da oben ey Das ist so scheiße So jetzt aber Okay Teleporter höre ich Oder was ist das Da war so ein Tipp mit den Teleportern Hier ist eine RPG Ganz toll Hab ich zu spät gesehen Boah scheiße Wo kommen die denn her Mal umsehen Kann man hier lang gehen Gut Bevor ich da lang gehe Untersuche ich hier nochmal alles Aber Sieht nicht so aus Als ob hier was wäre Kann ich irgendwas hier betätigen Ah spinnt Kommt schon Sprengstoff Das ist vonnöten Jetzt aber Ist hier irgendwas Kann man nicht nehmen Kann man nicht nehmen Kann man nicht nehmen Kann man nicht nehmen Ein Telefon Was ist das denn hier Hä Lol Ich hör das nicht Was ist das denn hier Hä Oh Aha Yeah Äh ich geh weiter Okay Wo bin ich hier Meine Freunde Ist das jetzt Ne das ist nicht der Teleporter Auf jeden Fall Warte hier hab ich den Gefrierer Das ist irgendwas anderes Das sind wahrscheinlich die Maschinen Aber wo bin ich Ich hab keinen Plan Wo ich hier irgendwie bin Was Ich hab mir gesichert Ich guck nochmal Ob ich hier irgendwas vergessen hab Eventuell Bevor ich jetzt weitergehe Zwei Repees Hä Wo bin ich hier Ach keine Ahnung Jetzt ehrlich Ich geh jetzt einfach weiter Oh nein Voll in die Fresse Enforces Ich liebe diese Waffen Ganz ehrlich Das ist ein richtig Hammer Wenn man dann vor allem So eine Station hat Wo man alles auftanken kann Das ist nicht schlecht So Und so Hier ist aber Glaube ich nichts Mal sehen Nö Hier ist nichts Wieder eine RPG Hä Sackgasse Jetzt ist ich lang Wir sind hier rausgekommen Mal sehen wo ich lang muss Hier oder Oder war ich hier schon Was ist das denn hier Stairs Treppe Treppen Treppenhaus Was Autorisierung Fehlgeschlagen Na ganz toll Wo bin ich hier War ich hier schon mal Äh Oh Gott Ich hab mich total verlaufen Keine Ahnung Was soll ich denn hier machen Geh ich mal hier lang Scheiße Ich weiß nicht Was ich machen soll Mal sehen Hier war ich ja auch schon Hier konnte man nichts betätigen Irgendwas hat es doch Mit zu tun oder Da wo die Monster rausgekommen sind Damit muss es was Mit zu tun haben Auf jeden Fall Da vorne sind sie rausgekommen Ich kann nicht mehr Ja Alter ey Aber keine Sorge Wir schaffen dich nach unten Wie versprochen Komm mit Geht doch Ich hab ich gerade erschreckt Ich dachte das wäre jetzt noch ein Monster oder so Aber es ist nur der hier Los geh schneller Oh warte man Jetzt geh schneller Was guckst du so traurig Okay Da wären wir Heilige Scheiße Hast du einen Saustall hinterlassen Sorry Was ist hier denn Blut Papier Und ein Kanister Dann geh ich mal die Stairs runter Die Treppen Und wir sind jetzt Die Schrumpfmaschinen Teil 2 Okta-Höne Blababba Das wissen wir schon Und ich glaube Ich werde da noch keine Raketen Oder Rohrbomben werfen Achso Das war das Mit den 600 Kilogramm Okay Hier geht's lang Mal sehen ob ich noch irgendwas isst Nö Oder Oh Gott Was ist das denn hier jetzt Der lebt doch noch Der hat seinen Kopf gerade noch bewegt Jetzt hat er keinen Kopf mehr Na gut Gehen wir weiter Ich guck immer noch so Ob ich vielleicht Ego Irgendwie vergessen habe Ich guck jetzt überall nach Okay Wo bin ich hier Was ist das für Teil Hier Ich kann hier lang Kann das benutzen Kann das benutzen Ah Die Achso Und jetzt wieder zurück tun Damit ich da durch kann Ne Axo Axo Perfekt Na sehen wir Ob es hier noch was gibt Ah Nein Gibt es nicht Hier gibt es nichts mehr Muss ich hier lang Was ist das denn hier Keine Ahnung Okay Dann Abdewehe ich das mal Ach die soll ich zusammenfügen Ach du Scheiße Darum bin ich ja Ventilrätsel Ja wollte ich gerade sagen Ich hasse Ventilrätsel Ich hasse auch So gesehen solche Rätsel Ich weiß nicht was Was ist jetzt passiert Ich habe hier dran gedreht Ich mache es nochmal Ach das ist jetzt auf Nein Warte mal Das hier wird glaube ich Da durchgesendet Kommt dann hier oben raus Jetzt habe ich das hier verbunden Jetzt müsste ich vielleicht Ach hier kommt das wahrscheinlich raus Oder Dann mache ich folgendes mal Toll so geht das nicht Ganz toll Also ich muss es hier Aktivieren Dann versuche ich mich Darunter durchzuschleichen Und dann das hier einmal So zu drehen So jetzt ist es einmal Verbunden Aber was Hä Ach In die Richtung geht es nicht Oder was Ach die beiden werden gedreht dabei Scheiße Jetzt verstehe ich es So dann mache ich das nochmal So Jetzt sieht es doch Ganz ordentlich aus Dann wird das verbunden Warte mal Das wird hiermit verbunden Und das Wird dahin geleitet Und könnte dahin geleitet werden Aber eventuell Würde ich sogar noch mal vorschlagen Das hier bringt nichts Diese Verbindung Vielleicht Das so zu verbinden Das so zu verbinden Und mir ist gerade aufgefallen Das hat jetzt nichts gebracht Glaub ich Keine Ahnung So vielleicht Ich habe keine Ahnung Was ich da jetzt gemacht habe Vorhine kommt es raus Ich habe es jetzt extra angelassen Das heißt An der Seite kommt es raus hier Das heißt Ich Aha Verstehe ich nicht Wollen wir mal sehen Ah ne Jetzt drehe ich es auch noch auf Ich will es abdrehen Oh Ich hasse solche Rätsel Ich hasse solche Lass los Ich hasse solche Rätsel Und gut Auf jeden Fall kommt es hier raus Gesprüht Das heißt Einmal noch drehen Ich weiß nicht Ob das jetzt irgendwas bringt Was Was Ist schon wieder eingerastet Ach ne Quatsch Das bringt doch gar nichts Wenn ich das jetzt Das bringt gar nichts Also ich denke mal So war es schon richtig So meine ich jetzt So war es So war es schon richtig Vielleicht sollte ich jetzt nochmal Einmal schieben Ungefähr so Jawohl Das muss es sein Das ist es doch jetzt Oder Klar Also wenn das jetzt falsch ist Weiß ich auch nicht Das muss es jetzt sein Ja Geht doch Ich hab Glück gehabt Habe ich das Rätsel erfolgreich gelöst Wunderbar Jetzt geht es weiter Exit Danke Eigentlich ist das doch immer grün angezeigt Oder nicht Checkpoint gesichert Ah Ich hasse diese Dummen Teile Eine RPG Und Eine Railgun Was hab ich jetzt im Petto Ich weiss nicht Ich nehm erstmal die RPG aus Vielleicht wird es jetzt richtig hardcore Deswegen So Oh scheiße Okay Vielleicht doch Erstmal die Railgun aufnehmen Wäre gar nicht so schlecht Ich nehme mich hierfür 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 Hier Oh nein Wer kommt Oh oh Was macht der da Bleib mich doch an Bam Und Bam Hä was denn Ich hab dich doch voll getroffen Ey Mann Schwein Stirb Mann Ich glaub's ja wohl nicht Ich hab mich Am besten ich ziel hier auf Das hier Boom Hat sich ausgefärgelt für dich Scheiße Wo ist der andere hin Ah Teleporter Ohne zu zielen Ah Mist Ah Mann ey Was ist los Jetzt aber Ah Ah